Im Beispiel an, hier ist das ohne Break, Ziffern ohne Break, das Beispiel. Wenn ich das ausführe, gebe ich als erste Zahl mal ein 3, 4, 5 und als zweite Zahl 4, 7, 8 und die beiden Zahlen enthalten gleiche Ziffern. Wenn ich das nochmal ausführe und als erste Zahl mal eingebe 1, 2, 3 und als zweite Zahl 4, 5, 6, dann erfolgt diese Ausgabe nicht. Die beiden Zahlen enthalten ja keine gleichen Ziffern.